Und damit Moinsen zu diesem vermutlichen Ticken längeren Video. Wir wissen ja, die Entscheidung zum Missentats Verlängerung oder eben Nichtverlängerung wird fallen. Laut dem VfB Spelsens zum Trainingsstart am 12.12. ist da Klarheit. Und da dachte ich mir, stellen wir doch mal ein kleines Zwischenzeugnis aus für die Zeit. Die Meldung, dass Sven Missentats Sportdirektor wird, kam am 11.04.2019. Auf dem Bild posierten Wolfgang Dietrich, Missentat und Thomas Hitzesberger. Darf man da auch nicht vergessen, dass der wohl Dietrich auch einen guten Anteil daran hatte. Verlängert hat er einmal. 17.12.2021 hat er einen Verlänger bis zum 30.06.2023. Und 2019 kam da schon recht überraschend, weil er eine Seuchensaison am Ende da abstieg. Und dann holt man im April auf einmal Missentat. Das war schon eine starke Meldung, mal positive Meldungen aus Cannstatt. Auch was Neues gewesen damals. 2006 bis 2009 war er Scout beim BVB. Dann 2009 bis 2016 Chefscout BVB. Ende 2016 bis Ende 2017 Direktor Profifußball und Scout beim BVB. Und dann eben der Wechsel zu Arsenal bis Februar 2019. Dort Leiter der Scouting-Abteilung. Und hat da ja über die Jahre seinen Namen Diamantenauge bekommen. Wir haben es oft gelesen, nochmal hier trotzdem kurz, der Mann hatte und hat einfach was vorzuweisen. Vor allem Thema Scouting beim BVB unter anderem Lewandowski, Dembele, Aubameyang, Kagawa, Hummels. Das sind einfach Namen dabei. Schauen wir nun mal auf alles, was seit seiner Ankunft beim VfB abging. Zuerst mal sein Transferfenster. Also 19, 20, 20, 21, 21, 22 und diesen Sommer. Immer Sommer und Winter. Nun geht es ja oder würde es im Winter ja in sein achtes Transferfenster bei uns gehen. Mittlerweile dreieinhalb Jahre da. Das ist ja eh auch schon wieder mal krass genug für unsere VfB-Verhältnisse. Also 19, 20, war ziemlich wild. Man war abgestiegen. Kader einmal ausgetauscht, komplett. Hier ist die gesamte Saison drin. Also Sommer- und Wintertransferfenster zusammen. Beziehe mich hier immer vor allem auf transfermerk.de. Alle Quellen verlinkt. Wissen Sie ja Bescheid. 26 Abgänge, 28 Zugänge. Der pure Wahnsinn. 77,49 Millionen eingenommen. Hier wird aber auch immer in der Summe von Abgängen und Zugängen immer alles einbezogen. Also auch beendete Laien und sowas. 25,3 Millionen ausgegeben. Also ein Plus von 52,19 Millionen. Musste aber auch sein wegen dem Abstieg. Gehe später auf alle Spiele, die unter Mislat kamen, nochmal ein. In einem kleinen Ranking. Hier nur so ein bisschen einzelne herausstechende Transfers kurz angesprochen. Hier muss man sagen, die Top-2-Transfers waren noch Reschkes Werk quasi. Pavard für die 35 Millionen zu Bayern war eine Ausstiegsklausel. Kabak für 15 Millionen zu Schalke auch. Sonst einfach auch versucht viel, ich sag mal in Anführungszeichen, quatschlos zu werden. Ailton, Ofori, Saapai, Krikic, Maffeo, Beck und sowas. Dick Kohle gemacht noch mit Baumgartel und Askasibar, die jeweils 10 Millionen gebracht haben. Und für später stark. Man hat es noch hinbekommen, Akolo und Donis eben mit guten Kaufoptionen zu vertickern. Und in diesem Sommer wurde ein Vataro Endo geliehen mit Kaufoptionen. Ein Kobel wurde geliehen ohne Kaufoptionen und Kalajcic kam. Silas war der teuerste Transfer mit 8 Millionen. Da war eben noch kein Corona. Da konnte man noch als zweitriges 8 Millionen ausgeben. Natürlich auch bei dem Transferplus. Aber eben auch Förster, Klement, Klikovic, Kulibaly und sowas geholt. 2021 wieder zurück in der Bundesliga. Muss sich verstärkt werden. Diesmal sogar Minus gemacht. Wieder Balltransferfenster beinhaltet 13 Abgänge, 16 Zugänge, Corona am Start. Ein enges Budget, gormes Karriereende. 7,5 Millionen eingenommen, 14,95 Millionen ausgegeben. Tatsächlich mal Minus gemacht von 7,45 Millionen. Hier ging die Saga Maffeo weiter. Der ist immer wieder verliehen und ist einfach nicht losgeworden. Nathai wurde zum zweiten Mal verliehen. Und wie gesagt, Akolo und Donis. Für die hat man in diesem schweren Corona-Sommer durch die Kaufoptionen oder eher Kaufpflichten quasi, Klausel, wie auch immer, hat man für beide zusammen 7,5 Millionen bekommen. Der helle Wahnsinn. Richtig stark für die beiden. Kobel wurde fix geholt für faires Geld. Anton für so grob 4 Millionen. Mafropanus wurde geliehen. Und eben zwei Leihkaufoptionen wurden gezogen. Stenzel für 1,3 Millionen und Endo für 1,7 Millionen. Legendo wurde aus St. Druiden, Druiden, wie auch immer, aus Belgien für, wie gesagt, einfach lächerliche 1,7 Millionen geholt. In dem Sommer wurde auch Armada mit Kaufoptionen aus der Juventus-Jugend geliehen. Nach Platz 9 in der Saison, nach Wiederaufstieg, kommt dann die letzte Saison. Da hält sich die Waage. 15 Zugänge, 15 Abgänge. Aber Transferüberschuss. Es war ja jedes Fenster aufs Neue die Vorgabe, viel einzunehmen, wenig auszugeben. Du hast 40,92 Millionen eingenommen und nur 14,85 Millionen ausgegeben. Plus von 26,07 Millionen. Castro wurde nicht verlängert. Und Al-Ghadoui ist gewechselt im Winter, der sein Part gemacht hat in der 2. Liga. Kempf im Winter weg, bevor der Vertrag auslief im Sommer 2022. Und eben die dicken Fische. Kobel für 15 Millionen zum BVB und González für 24,5 Millionen zu Florenz. Fokus eben hier auf Talente als Ersatz. War immer der Fokus darauf, wenig auszugeben, trotz eben hoher Einnahmen. Und das geht eben nicht immer gut. Der Versuch, ja, einfach seine Topspieler durch Talente zu ersetzen. Beispiel hier Fahir und Bejas zum Beispiel in dem Sommer. Mio kam in dem Sommer auch für 1,75 Millionen. Mamusch wurde ausgeliehen. Tomasch wurde im Winter geliehen. Ein TPD kam aus so um 19 hoch, wurde er auch geholt von Misslintat, meine ich. Und Führich und Müller für 7,5 Millionen geholt. Und eben auch einen Hiroki Ito aus der 2. japanischen Liga geliehen, ursprünglich für die 2. Mannschaft. Und schon sind wir beim vergangenen Transfers auch mal angekommen. 19 Abgänge, 15 Zugänge, 38 Millionen eingenommen, 12,35 Millionen ausgegeben. Wieder Transferplus von 25,65 Millionen. Corona-Löcher waren zu stopfen, Stadionumbau umso weiter. Wir wissen ja alles Bescheid. Endlich Mafio losgeworden, hast noch 3 Millionen für ihn bekommen, ist okay. Die Davi hast du nicht verlängert. Und eben auch sieben Spieler frisch verliehen. Auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen für manche geholten Talente. Fahir Klimovic, Massimo Mola da dabei. Klement und Avuccia unter anderem ablösefrei wegbekommen. Chulinov für 3,5 Millionen verscherbelt. Steigerung noch möglich in den Ablösen durch eben Klauseln und so weiter. Und eben auch hier wieder zwei dicke Fische. Urel Mangala 13 Millionen. Sascha Kalajic 18 Millionen. Beide auch mit Klauseln für mehr. Und bei Kalajic muss man eben bedenken, da lief leider der Vertrag im Sommer aus. Teuerster Transfer war Wagnermann für 3,5 Millionen. Das musst du dir auch mal angucken. Silas war das höchste mit 8 Millionen. Das war noch 2019. Danach hast du eigentlich maximal 5 Millionen ausgegeben. Für den einzelnen Spieler. Kalajic und Kobel und so stehen jetzt mal in Transfermarkt.de höher drin. Aber eben wegen den Weiterverkaufsbeteiligungen, die eben dann gezogen haben beim Verkauf der Spieler. Zwei absolute Banger-Transfers getätigt. Gerade was die Ablöse angeht. Ito für 400.000 geholt. Mafropanus für 3,2 Millionen geholt. Gerasillei würde ich da auch fast mit reinschieben. Natürlich nicht auf dem Level, weil er ist nicht geholt. Hat eine Kaufoption von 9 Millionen, ist es glaube ich, im nächsten Sommer. Aber die Laie ist top. Pfeiffer, Perea, Wagnummern, alles so Transfers, wo man vielleicht noch ein bisschen abwarten muss. Das geht so bisher. Und damit reden wir eben in den drei Jahren von einem Transferplus von 96,46 Millionen. Das ist Nummer 1 in der Bundesliga. Fairerweise muss man da vielleicht ein bisschen Pavard und Kabak rausnehmen. Das waren ja auch gut, tatsächlich halt 50 Millionen. Dann sind es halt immer noch 46,46 Millionen. Und trotz alles dessen, es zählt ja trotzdem in seine Amtszeit rein. Was bringen gute Länder mit sich? Neben Transferplus eben auch eine Marktwertsteigerung. Schauen wir mal drauf. 18,19, also Gesamtmarktwert des Teams. 18,19 bei 143 Millionen. 19,20 waren es 70 Millionen. Merkst du halt direkt nach Abstieg. Zweite Liga-Saison. Dann 2021, nach dem Aufstieg, hast du direkt 189 Millionen Gesamtmarktwert. Das nenne ich mal eine Entwicklung. 21,22 waren es 174 Millionen. Jetzt bist du eben diese Saison bei 124 Millionen. Das hieß ja eben, wie gute Transfers, gute Talente in dem Werk gesteigert haben. Aber eben dann auch Abgänge, die dicken Fische, die du halt einfach nicht halten kannst als VfB. Den Marktwert eben wieder auch nach unten kicken. Der gesamte Kader ist von Missendat geholt. Bis auf Sosa. Der einzige letzte Verbliebene, den er nicht geholt hat. Aber der könnte ja auch bald weg sein. Danach ist der Kader komplett Missendat. Und natürlich die ganzen Resten. Und es ist ja nicht so, dass man ein bisschen hier alles alleine machen. Ist ja auch klar. Aber hier in dem Video geht es ja um ihn. Hier mal das Ranking von den Spielern, die alles so quasi ihm zuzuschreiben sind. In Sachen Transfers sind alles im aktuellen Kader sind. Ranking aufgestellt. Auch mit Bewertung von Leistung und Preis. Vor allem in den Kategorien Top, Gut, Mittel, naja, Schwach. Und gehen wir mal durch. Top. Mafopanus auf Nummer 1. Oder gut, ich habe jetzt keine 1 bis sonst was runter. Aber der erste, der ich hier stehen habe, Mafopanus. Sportbillig. Gerade für Premier League-Verhältnisse. Da kam er her von Arsenal. Marktwert aktuell 15 Millionen. Hast wie gesagt für 3 geholt grob. Ito, auch der Wahnsinn aus der zweiten japanischen Liga. Ablöse und Leihgebühr in 100.000er Höhe. Endo, ebenfalls Glücksgriff. 1,7 Millionen. Ein Witz für die Wichtigkeit, die er bei uns hat. Silas war ein Shootingstar 2021. Klar, 8 Millionen ist schon nicht wenig, aber die haben sich gelohnt. Kobel, Top-Torwart. War vor allem 2021 stark bei uns. Großes Transfer, bloß auch mit ihm gemacht. Und aktuell ist es immer bei BVB, was man da wieder für ein Auge hatte. Kalajic, das Paradebeispiel für Missetat-Transfer. Ein Talent. Günstig. Waren, glaube ich, so grob 2,5 Millionen. Jetzt eben dadurch gesteigert, dass eben der österreichische Verein, von dem wir ihn geholt haben, ein bisschen da mit Kohle bekommen hat. Von dem Transfer zu den Wolves in diesem Sommer. Über eben die Scouting-Kompetenz von Missetat. Wir kennen die Geschichte, dass er nach dem Spielertyp Allaire gesucht hat. Wie gesagt, 2021 hat sich mega Werte gehabt. Auch bei ihm das auch so ein bisschen Paradebeispiel Missetat. Und vertrauenden Talente und in den Weg und alles. Bei ihm hat man auch ewig gewartet. Das eine Jahr verletzt gewesen, direkt nachdem er da war. 2021 hat er Top-Werte gehabt in der Bundesliga. Dann jetzt diesen Sommer eine schwere Transfer. Fersager bei ihm immerhin noch 18 Millionen bekommen. Und die können ja auch noch hochgehen. Eben mit irgendwelchen Bonis und so weiter. Und jetzt aktuell ja leider auch verletzt bei den Wolves. Gehen wir zu gut. Da würde ich Anton nehmen. Ist ein solider, bunziger Innenverteidiger. 4 Millionen gehen da, glaube ich, auch fit. Auch wenn er mal wackelig ist. Vielleicht für manche ein Kandidat für Kategorie Mittel. Stänze muss ich auch in gut nehmen, weil billige Ablöse hat seinen Job gemacht. Macht seinen Job, vor allem in der zweiten Liga. Immer guter Ergänzungsspieler. Kaderplatz. Ahamada, auch gut. Ist auch wieder ein gutes Beispiel für diesen Plan mit Talenten. Wurde geholt vor zwei Saisons. Bisschen Spielzeit bekommen mal hier und da. Nun eben komplett ins kalte Wasser geschmissen als Mangala-Ersatz. Und würde ich zumindest bisher sagen, das funktioniert. Und eben auch der war sehr billig. Ich glaube, 1,5 Millionen war der mit der Kaufoption nach der Juventus-Laje. Tomasch, direkt nach Laie im Winter hat er funktioniert. Ist talentiert. Kaufoption ist ziemlich hoch. Obnizid fraglich, aber eben aktuell geliehen. Und das läuft. Al-Ghadoui war günstig. Hat seinen Job in der zweiten Liga gemacht. Passt alles. Sympathisant gewesen. Sanko, Riesentalent. Wurde sehr gelobt für den Transfer, dass man den bekommen hat. Leider eben lange, lange Verletzungen. Jetzt die Laie. Muss ich gucken, wie es aussieht. Aber da würde ich erstmal sagen, gut. Weil man weiß, was der für ein Potenzial hat. Mamouzch würde ich auch in gut machen. Vielleicht packen den auch manche im Mittel. Wahrscheinlich würde eh jeder ein anderes Ranking haben. Wahrscheinlich würde ich auch, wenn ich in vier Tagen drauf schon mal ein paar Sachen hinterher schieben. Aber so, wie ich es aktuell im Kopf habe. Hat seinen Score gesammelt. War auch teilweise eine wichtige Laie. Mittel, Bredlo. Macht seinen Job als zweiter Keeper. Passt alles. Jetzt wird es hier, wie weit das runter geht, vielleicht ein bisschen nicht mehr so detailliert zu einzelnen Spielen. Sonst würde es hier, glaube ich, auch komplett den Rahmen sprengen. Karasor, Kandidat auch für gut. Weil er war schon in den Teilen sehr, sehr wichtig. Aber gerade an der zweiten Liga hat man sich ein bisschen mehr erhofft von ihm. Mio ist noch ein bisschen abzuwarten, aber hat schon seine Akzente gesetzt. Wagner Mann auch da noch abzuwarten. Aber diesen Kaderplatz, Rechtsverteidiger musste man füllen. Der hat Talent, der Mann. Mittel, Führig, ist ein bisschen hoch und runter. González, der Satz, schwierig, aber nicht so schlecht, als würde ich noch tiefer ranken wollen. Pfeiffer, auch da muss man abwarten. Deswegen erst mal Mittel. Chujinov für uns nicht viel gerissen. Dafür aber die Ablöse umso besser. Könnte ja, glaube ich, bis zu 5 Millionen steigen mit Bonis. Wie gesagt, ist hier ein Mix aus Leistung und Preis. Clement, ja, schon enttäuschend, was in der zweiten Liga gelaufen ist. Da wäre mehr gegangen. Jetzt ist der coole Wechsel zu Kaiserslautern. Förster auch bei Mittel. Der Goat, unser Goat, hatte gute und schlechte Phasen. Im Summe fand ich das recht in Ordnung, glaube ich. Aber was da so lief. TBD noch als letzter, auch geholt für die Jugend. Einziger auch aktuell, bei dem die Laie gut läuft, von den ganzen Laie-Spielern, die wir gerade so überall hingeschickt haben in die Welt, kommen wir zu. Naja, da habe ich jetzt erst mal Müller rein. Für mich irgendwie eher ein Kandidat für Mittel auch. Ich bin ja einer, der immer noch ein bisschen mehr verteidigt noch, aber du hast eben den Kobel absolut nicht gleichwertig ersetzt bekommen. Müller war eben auch mit 5 Millionen eher an der höheren Grenze von Transferablösen, die aber damals einfach auch gegeben war. Die 5 Millionen waren ein normaler Marktpreis. Aber packe ich erst mal in. Naja, Zagalud dasselbe bei ihm. Vielleicht ein bisschen unfair, vielleicht euer Mittel, aber muss man noch abwarten. Trotz Freitransfer war der auch sicher nicht billig mit Handgeld, mit Vertrag und so weiter. Aber ja, noch nicht so ganz abgeliefert, nicht so ganz reingekommen. Perea, auch da finde ich noch viel zu früh. Deswegen erst mal ins Naja so ein bisschen reingeschoben. Nathai muss man auch hier noch die nächsten Schritte abwarten, hat ein paar Laien, aber eben bisher auch bei uns doch ziemlich wenige Minuten bekommen. Koulibaly ist ein absolutes Naja, vielleicht eher fast in Richtung Schwach, hat sich nie wirklich durchsetzen können, ist auch schon seit 2019 da. Das ist halt einfach ein Naja. Phillips war nur kurz per Laie da von Liverpool, war in Ordnung, habe ich aber jetzt nicht mehr so große Erinnerungen, deswegen in Naja. Mola, auch in Naja, eigentlich Top-Talent aus England, leider ewig verletzt. Nun auch die Laie läuft auch so, naja, nach England zurück in die zweite Liga. Klimovic, ähnlich wie Koulibaly, können wir auch fast in Schwach packen, hat sich halt nie so wirklich durchgesetzt, auch seit 2019 da, auch die Laie läuft bei ihm nicht so richtig, kommen wir in Schwach. Koul, ja, ist vielleicht ein bisschen mies, den in Schwach zu packen, aber hat halt überhaupt noch nichts irgendwie groß für VfB, für VfB-Profi-Mannschaft gemacht quasi. Das kann jetzt nicht groß bewerten, wie gut oder schlecht er beim VfB 2 ist. Aber das ist, glaube ich, auch jetzt schon in der zweiten Saison da, ja, hätte man auch in Naja packen können, ein bisschen schwer zu bewerten. Avuccia ist schwach, sogar für 1,5 Millionen geholt damals in der zweiten Liga, hat nie funktioniert. Cissé, muss man auch da sagen, billiges Talent aus Frankreich, gammelt aber eben jetzt auch im zweiten Jahr, im zweiten Laie Jahr in Polen rum, das ist halt schwach. Fahir, vielleicht eher einer auch für Naja, aber muss man schon in Schwach passen, weil eben der Preis dann doch recht hoch war für ihn, dreieinhalb Millionen. Preis und Hoffnungen, die ins Top-Talent gesteckt wurden, auch da wurde er gelobt, dass man so einen bekommt. Aber vielleicht, wie gesagt, was ein bisschen ihn in Naja schieben könnte, ist eben auch immer das Thema Preis, ist ja auch mit drin, Nebenleistung, weil wir ja scheinbar irgendwie eine Kaufoption oder Kaufpflicht oder wie auch immer drin haben, in seiner Laie aktuell, die sogar höher wäre als seine Ablöse, die wir gezahlt haben. Also wenn die gezogen wird, hätten wir ihn auch sogar für Plus oder auf jeden Fall nicht für Minus verkauft und dann kann man ihn eigentlich fast wieder in Naja packen. Bayers ist schwach, muss man leider so sagen, mittlerweile eigentlich fast schon gescheitertes Talent. Klar, noch nicht lange da, auch da ihm erst ablösefrei, klar, da wird vielleicht auch Handwerk geflossen sein, keine Ahnung, aber ablösefrei, auch selbst wenn der wechselt mal irgendwann, kannst du mit dem quasi fast kein Minus gemacht haben, wenn du ihn für ein paar hunderttausend verkaufst oder so. Klappt eben nicht immer. Mit Talenten würde ich generell sagen, dass das Ranking hier eher positiv als negativ ausfällt in der Gesamtbetrachtung eben auch hat man, das habe ich jetzt gegen Ende ein paar mal angesprochen, einige Flops waren eben günstig oder ablösefrei geholt und selbst die würde man eben noch, was die Transferbilanz angeht, positiv quasi wegen Ablösesummen oder wie auch immer noch positiv quasi verscherbeln können, würde ich glauben. Der Blick darauf, auch interessant, wie es seine Vorgänger gemacht haben. Ich sag mal so, seit so 2010, 2011 betteln wir da unten mit um den Abstieg, waren da 12. Klar, es ist auch drauf, 12, 13 waren wir nochmal 6. Aber danach ging es eigentlich immer darum, dass wir da unten vor uns hin betteln. Damit hätten wir bis 2014 Freddy Bobic, 2010, 2011 gab es Transferbus von ca. 7 Millionen, 11, 12 war es dasselbe, 12, 13 dann ein Minus von 7 Millionen, 13, 14 liefern tatsächlich wirklich ziemlich genau auf Null raus, plus, minus, 14, 15 ein Minus von 10 Millionen gemacht, ab Januar 2015 war dann Dutt da, bis Mai 2016, in der Saison, in der man abgestiegen ist, 15, 16 hat man ein Plus gemacht von 5 Millionen, dann kam Schindelmeister, 16, 17 mit dem Abstieg, der Verkauf ist halt immer richtig dick, gab es ein Plus von 35 Millionen, Reste kam dann vom Bundesliga-Start, 17, 18 hat in dem Sommer direkt mal ein Minus von 23 Millionen gemacht, 18, 19 war man dann ziemlich gehypt nach einem 7. Platz, hat ein Transferminus von 32 Millionen gemacht unter Reschke, um das dann eben mal zeitlich zu vergleichen, in den letzten 3 Jahren vor Missentat machte man ein Minus von 20 Millionen, seit er da ist, ein Plus von fast 100 Millionen, wie vorhin angesprochen, auch hier mal kurz der Blick darauf, auf den Gesamtmarktwert des Teams, in den letzten Jahren, 2010, 2011 waren es 105 Millionen, dann waren es 118 Millionen, 93 Millionen, 12, 13, 13, 14 waren es 108 Millionen, 14, 15 waren es 86 Millionen, 15, 16 und 81 Millionen, 16, 17 waren es dann eben nur noch 50 Millionen, ne, Zweitligamannschaft, aber dann eben 17, 18, 134 Millionen, da hat Schindelmeister einfach auch einen guten Job gemacht, auch Talente und so weiter und dadurch ist eben, wenn die funktionieren, direkt eine dicke Marktwertssteigerung drin, einfach um es kurz angeschaut zu haben, ich weiß, jede Saison, jede Situation hat seine Situation, hat seine Hindernisse und alles, muss man für sich bewerten, aber einfach um da mal den Rahmen auch noch mit drin zu haben. Gibt noch ein bisschen was weiteres zu beleuchten, beispielsweise das Thema Trainerentscheidungen, noch vor dem Abstieg wurde offiziell, dass Tim Walter von Kiel kommt, interessant, interessante Wahl, aber der hielt dann leider auch nur bis Dezember, die Hinrunde 19, 20 hat er noch gepackt, dann nach eben drei Jahre oder fast drei Jahre derselbe Trainer, ein absolutes Weltwunder für VfB Stuttgart-Verhältnisse, Pellegrino Matarazzo war Co-Trainer bei Hoffenheim, kam dann, hat den Aufstieg geschafft, 19, 20, zwei Bundesliga-Spielzeiten und einen neuen Spieltag hat er danach bekommen, nach der 0-1-G-Jungen war es vorbei, absoluter Sympathieträger Spielweise, war auch weitgehend völlig okay, der Ertrag blieb aber eben einfach aus am Ende und danach, ja, kann man noch nicht vollständig bewerten, weil eben auch da die Entscheidungen noch gefällt werden, Thema Trainer wird auch noch gefällt, genauso wie eben die Entscheidung Missentat-Fängerung, ja, nein, aber durchaus ein bisschen wiedererwarten kam eben kein neuer Trainer, Co-Trainer Wimmer ist immer noch im Amtstand, jetzt und da gab der gesamte Verein irgendwie kein gutes Gesicht ab, Kommunikation und so weiter, hat man sich ein bisschen anders vorgestellt, die wirkten da schon ein bisschen planlos nach der Entlassung von Matarazzo. Schauen wir mal auf die Ziele und Vorgaben, die erreicht wurden oder eben nicht, 18, 19 der Abstieg, war kein guter Start, aber für den konnte er ja nichts, sind wir mal ehrlich, dann eben die Transfers, kompletter Umbruch generell im Verein, war ja auch, glaube ich, bis das Ende von Dietrich dann gescheiten Kader hingestellt, gescheit genug um, klar mit Ach und Krach, aber eben am Ende des Tages aufzusteigen, 19, 20, dann war es vier Klassen halt, man hat eine euphorische Saison gespielt, 20, 21, die jungen Wilden, Platz 9, fast Europa erreicht sogar Saison darauf, auch eben das Ziel, Klassenheit in der letzten Saison am Ende des Tages hast du es auch erreicht. Klar, es hat das Legendo-Spiel gegen Köln gebraucht, knapper als hätte es sein müssen, aber eben das Ziel an und für sich erreicht, die Saison auch wieder das Ziel, drin zu bleiben, aktuell Platz 16, leider eben hier die Inkonstanz pur, Vorgaben immer Transferüberschüsse zu machen, hat man erreicht, das ist dann nicht einfach, du musst immer wieder Leistungsträger abgeben und eben dann Tafelsilber verkaufen, auch wieder Thema Sosa in diesem Winter, wenn der auch weg ist, wird das auch ein richtig harter Schlag und eben ersetzen müssen. Dazu eben, wie gesagt, Corona-Lücken in Einnahmen, da sind es ja irgendwie 80, 85 Millionen, die verloren gegangen sind, Machtkämpfe am Start gewesen, der Stadionumbau, der kostet, der Abstieg, der gekostet hat, auch die letzten Jahre Misswirtschaft, auch da mit Abstieg drin, mit Reschke drin und so weiter, alles nicht einfach aufzuarbeiten. Dazu das Thema Junge Wilde, unsere Jugendarbeit lebt wieder richtig, eben auch eine für uns, die Jugendarbeit für uns, nicht für den Rest von Europa, Reschke wollte damals auch die U21 abschaffen, das wurde verhindert, da ist sicherlich auch viel durch Hitzesberger, auch der Erde wichtig, Talente gehalten, natürlich auch abgegeben, aber jetzt bei Beispiel Dayaku zum Beispiel, lief das ja auch eher mäßig, aber eben vor allem einige Top-Talente, langfristig, vertraglich gebunden, die U19 und U17 sehen sehr vielversprechend aus, ich glaube, die wissen auch alle, bekommen alle einen Plan, wie sie die nächsten Jahre so laufen könnten, da ist eben dann die Frage, wie es mit der Durchlässigkeit in die erste Mannschaft aussieht. Zum Schluss noch der Versuch eines Fazits, ich habe ja schon viele Punkte genannt im Verlauf, Missentat ist eine Identifikationsfigur, der lebt diesen Verein komplett, ist klar, auch er hat Kritik einzustecken, völlig in Ordnung, habe ich auch oben auch genannt, Talente haben nicht immer funktioniert, der sportliche Erfolg stagniert aktuell, trotzdem würde ich sagen, dass er weitgehend immer noch ein Fan-Diebling ist, würde ich mal behaupten, er hat ein absolutes Fachwissen, das Scouting und so weiter, diese Karriere, diese Vita spricht für sich, er hat die jungen Wilden wieder aufleben lassen, klar, wie gesagt, der Ertrag allerdings noch mäßig bisher, er stagniert ein bisschen seit anderthalb Jahren, muss man ja sagen, Kontra, ganz klarer Kontrapunkt, trotzdem hat man eben, wie gesagt, am Ende des Tages die sportlichen Ziele erreicht, er hatte und hat einige Hürden im Weg gehabt, hat trotzdem geliefert, das Projekt mit den Talenten ist einfach eins mit Höhen und Tiefen, das sieht man bei jedem Verein, manche schlagen ein, manche schlagen eben nicht ein, wir backen eben auch kleine Brötchen, das heißt, du hast keinen oder vielleicht willst du einen Fahrhirn mit dreieinhalb oder Müller mit fünf Millionen nennen, aber du hast keine, wo du jetzt mal 15 Millionen hingeschmissen hast und die komplett gefloppt sind, das haben wir einfach nicht, deswegen ist da auch nie groß die Angst da, bei so billigen Talenten quasi oder manchmal auch ablösefreien Talenten eben, dass du am Ende nicht wieder Kohle für die reinbekommst und da mit dicken Minus rausläufst, manche schlagen ein, manche schlagen eben einfach nicht ein, du hast den Transferüberschuss immer als Hindernis, ich glaube, das geht ihm auch selber dermaßen auf den Keks, auch im nächsten Sommer wirst du es scheinbar wieder so machen müssen, dass du auf den Plus kommen musst, so kann er sich natürlich auch einfach nicht ausleben, auch nicht mal mehr ausgeben für irgendwelche Spieler, wenn das eben immer das Problem ist, hat dem Verein damit, muss man ja auch sagen, finanziell den Arsch gerettet, natürlich nicht nur er, da arbeiten noch viel mehr und mit der VfB nehmen noch anders Geld ein, aber durch seinen Transfer plus diese fast 100 Millionen in den letzten Jahren hat er dem Verein finanziell den Arsch gerettet, immer wieder, musste immer quasi erstmal den Job machen, den Verein am Leben zu halten, bevor er die Mannschaft groß weiterentwickeln kann und eben, wie gesagt, Jugendarbeit lebt, gab auch nach außen nicht immer die beste Figur, ist klar, kommunikativ, auch mal einen anderen Fehler gemacht, was in die, quasi über die Presse ausgetragen, was nicht nötig war, was man hätte intern angehen müssen, jetzt eine ziemliche Shitshow generell um die gesamte Verlängerung da, also Vertragsverlängerung, da muss man aber sagen, wie gesagt, da gehören zwei dazu, da gehört auch der Herr Werle dazu, auch wenn ich nach den letzten Wochen nicht ganz dran glaube, hoffe ich weiterhin, dass er verlängert beim VfB bleibt, das ist ein guter Mann, worauf wir ein bisschen hoffen können, ist eben, dass auch letztes Mal die Verlängerung natürlich ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter, ein bisschen vorausahnender halt auch erst im Dezember war, habe ich ja vorhin gesagt, erst Dezember 2021 wurde verlängert, jetzt haben wir wieder Zeitraum Dezember, wäre also kein untypisches Datum, der Mann hat sicher seine Prinzipien und seinen Kopf, seinen eigenen Kopf, das ist klar, das haben sie aber glaube ich gefühlt alle in diesem Business und eben vor allem beim Blick auf seine Vorgänger und bei Gedankengängen über Nachfolgern sehe ich nicht, dass der nächste Sportdirektor ein Upgrade wäre, besser wäre als er, gerade wenn Werle und Co. diesen dann bestimmen würden, du Namen wie Held und sowas liest, ich sehe es nicht, dass es hier beim VfB in der immer noch finanziell schwierigen Lage, dass du immer noch Überschüsse machen musst, immer noch deinen Tafelsilber, deine Topspieler verkaufen musst, dadurch dein Kader immer zwangsweise irgendwie Stück für Stück einen Ticken schlechter wird, außer die Talente schlagen halt sofort ein, sehe ich es nicht, dass mich hier einen Mann ranbekommt, der das besser macht, unter dem es noch besser wird, als es aktuell ist, gerade in Sachen Transfers, Transfer plus die ganzen Hindernisse, mit denen er eben zu arbeiten hat, deswegen wünsche ich mir, die Vertragsverlängerung ist ein langes Video geworden, ich habe bestimmt irgendwie den einen oder anderen Gedankengang vergessen, das passiert einfach immer, da kommt immer noch irgendeine weitere Idee in den Kopf, aber ich belasse es hierbei, lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da, ich bedanke mich fürs Zuschauen hier, natürlich mehr fürs Zuhören, lasst gerne das kostenlose Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und bis zum nächsten Mal.